Natürlich wollen die meisten Entwickler und Unternehmen die effizienteste und leistungsfähigste Anwendung entwickeln. Eine Möglichkeit dies zu erreichen ist die Verwendung des Natural One Profilers. Um dies zu veranschaulichen, habe ich ein echtes Programm ausgewählt, das eine große XML-Datei parsed, die Informationen über öffentliche Unternehmen enthält. Diese Informationen werden mithilfe eines automatisch generierten Subprogramm gepasst. Man sieht, dass der Vorgang mehr Zeit in Anspruch genommen hat als erwartet. Um den Profiler aufzurufen, rechtsklicken Sie auf das gewünschte Programm und wählen Sie Profile as und dann Natural Application. Das Programm speichert nun während der Ausführung Informationen. Jetzt können wir ermitteln, wie hoch der Zeitaufwand der Vorgänge bei der Programmausführung ist. Hier sieht man, dass fast 70 Prozent der Zeit im oberen Modul zugebracht wird. Wenn man das Modul aufschlüsselt, sieht man, dass fast die Hälfte der Zeit in dieser Decide-Anweisung verbracht wird, vor allem in Zeile 320. Mit einem Doppelklick schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Zwar können automatisch generierte Programme Zeit sparen, jedoch bedürfen sie manchmal einer nachträglichen Optimierung. Wir sehen hier, dass jedes einzelne XML-Element eine Anweisung erzeugt hat. Einige von ihnen beinhalten eine Ignore-Value-Anweisung. Genau diese Kodierung erfordert eine große, jedoch unnötig hohe Bearbeitungszeit. Damit dieses Programm schneller wird, haben wir das Parsing so abgeändert, dass nur die relevanten Werte berücksichtigt werden. Alle Ignore-Anweisungen wurden aus der Quelle entfernt. Gehen wir nun in das Programm und erstellen eine neue Version und schauen uns die Unterschiede der beiden Versionen an. Speichern und führen Sie den Profiler erneut aus. Jetzt können wir die Ergebnisse der beiden Durchläufe miteinander vergleichen. Dafür ziehen wir diesen Tab rüber, sodass die Ergebnisse der beiden Durchläufe nebeneinander stehen. Man kann direkt erkennen, dass im neuen Durchlauf nur noch 56% der Zeit benötigt wird. Vergleicht man die einzelnen Anweisungen, sieht man, dass die Decide-Anweisung viel effizienter ist als zuvor. In Fällen, in denen Sie einen wirklich umfangreichen Programmablauf mit Millionen von Iterationen haben, können Sie das Profiling optimieren. Dafür können wir die Präferenzen anpassen. Gehen Sie zum Profiler und aktivieren Sie die Sampling-Funktion. Das heißt, es wird nur alle 100 Millisekunden überprüft, was im Programm passiert. Dies kann den Zeitaufwand für den Profiling-Lauf reduzieren, ohne dass Informationen verloren gehen. Wenn Sie sich noch genauer ansehen möchten, was in Ihrer Anwendung abläuft, können Sie die Ereignisverfolgung durch Anklicken von Enable Event Trace im entsprechenden Tab aktivieren. Dabei wird jede einzelne Anweisung mit einem Zeitstempel vor und nach der Anweisung aufgezeichnet. Es ist empfehlenswert, dass Sie angeben, welche dieser Vorgänge Sie aufzeichnen möchten, da dieses Batch-Programm sonst viele Informationen erzeugt. Das Aktivieren der Ereignisverfolgung öffnet einen Event Trace-Tab in der unteren Ansicht. Auf diese Weise haben Sie Zugriff auf zusätzliche Informationen zu den einzelnen Schritten. Diese können in eine CSV-Datei exportiert und auch in einer Vielzahl anderer Tools ausgewertet werden. In diesem kleinen Beispiel konnte ich das Batch-Programm von NaturalOne ausführen, aber das ist nicht immer möglich. Sie können jedoch Ihren Batch-Auftrag starten, indem Sie einige zusätzliche Parameter hinzufügen. Diese generieren dann Profiling-Informationen, die Sie zur weiteren Auswertung an NaturalOne übertragen können.